bmc 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 stuttgart ich bin hier bei einer kumpel in dem wohnzimmer und ich mache ihren rap remake von rin habe gehört der kerl kommt aus bietigheim habe ich auch gelesen ist ja bei mir in der nähe stuttgart ok es ist drei uhr nachts in der stadt in der stadt bin über 18 und ich mache was ich mache zehn packungen mal boro gold und ein djinn alle machen scheiße ich mache was ich will baby hört mein tape und dann drake dann drake baby hört mein tape und dann drake dann drake umhange tasche premier jeder sieht ich habe sehr viel zeit und baby ist verliebt ja das muss ich mal scrollen bisschen umständig die eingelegenheit jetzt wir treiben uns rum baby denn heute ist jeder faker wir treiben uns rum baby denn heute ist jeder verkurer ich lese es gerade aber ich kann es nicht so auswendig wir chillen auf treppen bruder und nicht auf ne gala wo nimmt noch ein schluck mein b mein b sie will alles wissen guck bei face by face ich trete mit irgendjemand bogus auf basement ich trete mit irgendjemand bogus auf basement ich kaufe eineinhalbtausend euro goscha rupchinski ja ja mit der kohle von schien die ja jetzt ich geh raus mit meinen jungs heute baby und sie fragt und sie fragt kommst du noch zu mir nach hause mit baby baby doch ich schütte schütte alle up alle up ich geh raus mit meinen jungs heute baby wo und sie fragt und sie fragt kommst du noch zu mir nach hause mit baby baby doch ich schütte 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 alle up okay ich rappe jetzt zum spaß und noch rappe ich von noch was anderes von den ersten rapart von der wrecking crew und zwar slice like the sound of thunder and without the blunder spinning on the wheels as the yellows can wander so keep your body moving stay right on time cause like yellow the music's on your mind well i remember just a little while back when the teachers were starting to disco scratch and it was only done by just a few one was dj yellow of the wrecking crew they came from everywhere just to see a yellow sound down at the e80 thief after dark soon became a penthouse but they didn't stop yellow from turning the dot because yellow cut the record down to the bone and lance got me racking on the microphone yeah he can cut so fast his lighting quick cause all it takes is just a flick of his wrist yeah mcb mcb